Test, Test. Hallo ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's allen gut und... Robin, sag mal hallo. Genau, ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr seid gesund. Die Zeit ist ja im Moment ohne Worte und ich glaube trotzdem muss man jetzt probieren weiterzumachen in allem. Ja, wie sieht der Tag aus ohne Theater gerade? Ich probiere trotzdem. Wir haben auch eingeschränkte Ausgangssperre, aber das Glück ist bei mir, dass ich im Wald wohne und meinen Hund habe und deswegen probiere ich jeden Tag rauszugehen. Ganz viel, soweit so lang oder so viel ich kann. Alleine natürlich. Und da habe ich ganz Glück. Und ich mache das auch mal so, dass ich meine Sachen mitnehme zum Lernen. Und heute ist Mess dran. Ich übe gerade Mess und Kandid gleichzeitig. Genau, und dann laufe ich mit meinem Hund und tue auch gleichzeitig Sport machen und tue hier ganz laut singen und sprechen, weil es hört mich niemand. Ist das nicht fantastisch? Außer du hörst mich. Aber der Junge ist sehr schlau und hat Talent. Das muss ich immer zu ihm sagen. Sorry. Tierbesitzer wissen das. Ja. Ich wollte passen zum, weil das ja jetzt ja leider nicht stattgefunden hat, aber es wird kommen und das passt so gut, möchte ich für euch gerne was singen. Und zwar, schaut mal hier rum, für alle, die jetzt gerade sich Sorgen machen und gerade nicht wissen, wie es weitergeht und Angst haben. Und genau, das ist für euch. Also Teamwork, das heißt gemeinsam und gemeinsam schöpft man Mut. Teamwork, das heißt gemeinsam, packt mit anderen, wird es gut. Teamwork ist dein Ziel für dich, ist dein Ziel für dich auch unerreichbar fern. Du hast Freunde und die helfen dir auch gern. Du kannst drauf bauen, hab nur Vertrauen und du erreichst im Leben viel. Denn Teamwork, das heißt gemeinsam und du gelangst ganz schnell ans Ziel. Denn Teamwork, das heißt gemeinsam und du gelangst ganz schnell ans Ziel. In diesem Sinne, ihr Lieben, seid lieb zueinander, habt euch lieb, seid nett zueinander. Und ja, wir haben in einer Welt gelebt, das wollte ich noch mitgeben, das fand ich ganz wichtig. Die war sehr, sehr schnell, wahnsinnig schnell. Das Karussell hat jetzt gestoppt und vielleicht kann jeder was davon mitnehmen. Ja, bitte passt auf euch auf, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder im Theater. Tschüss!